Geh deinen Weg, sag mir, wo ist dein Weg? Guten Tag. Guten Tag. Ich finde es ja auch kalt, aber übertreiben Sie nicht ein bisschen? Übertreiben? Nein. Ich kann es nicht verstehen, wie man diese lange Kälte aushalten kann. Man gewöhnt sich an das Klima. Ich hoffe. Woher kommen Sie? Ich komme aus Syrien. Da ist es natürlich meistens wärmer. Nur wärmer? Manchmal ist es richtig heiß. Kennen wir uns? Ähm, wie kann ich Ihnen denn helfen? Ich möchte vielleicht ein gebrauchtes Fahrrad kaufen und mich informieren. Das heißt, Sie haben noch keines. Genau. Aber meine Tochter Selma, sie hat ein Fahrrad. Sie fährt damit zur Arbeit. Und das ist günstiger als eine Monatskarte für die Straßenbahn. Das verstehe ich. Ich zeige Ihnen mal unsere gebrauchten Räder. Ja? Vielen Dank. Vielen Dank.